Grüezi und willkommen zum Weintipp von Schule St. Jakobskelleri. Mein Name ist Toni Broch, ich bin so seit vielen Jahren der Kellermeister. Aus unserem wunderschönen Wiensortiment möchte ich Ihnen heute die Emina Passion vorstellen. Der Wein kommt aus dem Ribuera del Duero in Spanien, das grenzt gerade an Portugal. Das ist ein reiner Tempranillo, welches 16 Monate im Barrick ausgebaute wurde. So ein Barrickfass, das Holz dafür, ist mindestens 100 Jahre alt, damit unsere Küfer dann edle Fässer herstellen können, für sehr gute Weine auszubauen. Auch der König Juan Carlos hatte sehr Freude an diesem Weingut, weil es sehr innovativ ist und fortschrittlich und umweltbewusst. Wirklich intensiv nach Dörobst. Im Gaumen ist er vollmundig, sehr kräftig und sehr lang, sehr festlicher Wein. Der passt wunderbar zu einem Lamschigo mit einem feinen Rosmarinzwiegli obendrauf. Oder natürlich auch zu einer Boelia, ein Hausgemacht und am liebsten von einem Kollegen. Es hat mich gefreut, Ihnen diese feine Tropfen vorzustellen. Sie finden den Wein bei uns in allen Weinfachgeschäften oder im Internet unter schuler.ch. Natürlich zu einem attraktiven Einkellerungspreis. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Wein-Tipp von Schuller. Zum Wohl.